Go! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vorgia Fight von uns, Matsu ist hinten und so weiter. Ja, der Out steht da vorne, ihr seht schon, ich muss ihn jetzt vernichten. Wir campen heute nämlich mal auf dem Server gegeneinander. Matsu ist in dem V7 von uns, in dem älteren Vorgia. Das sollte theoretisch ein wenig unterliegend sein, wir schauen mal im Prinzip, was jetzt unser neues V7 Club Edition so dagegen ausrichten kann. 30 Sekunden noch, bis das losgeht. Ich rät mir mein Inventar mal noch ein bisschen anders her, glaube ich, dass ich gleich mehr TNT dabei habe. Das stimmt, ich muss mal schauen hier ein bisschen, wie das hier alles so ist mit der verteidigen Leute. Ich bin gerade schon ein bisschen nervös, Alter. Ohne Scheiß. 10 Sekunden. Jetzt geht's gleich los, Alter. Ich hab mal irgendwie... Okay, jetzt geht's los. Ja, okay, go. Die Sache ist halt irgendwie die, ich hab's auch... Wir waren jetzt ganz lange mal in letzter Zeit nicht da, müssen wir sagen, weil wir waren auf Studienfahrt in der Schule. Oh, jetzt haben wir die letzten... Ja, das ist gerade mega langsam. Die letzten Videos auch vorproduziert bei uns. Und ähm... Holy fuck, das ging schnell. Oh, lol. Hä? Wie sind denn hier eigentlich... Wie sind bei uns... Eigentlich hier die... Holy shit, das hat sich schon verstört, das ist jetzt uncool. Ähm... Oh, fuck. Ich war zu langsam, glaube ich. Oh, lol. Ich war zu langsam, glaube ich. Uh. Ich wär irgendwie voll die Likes, das kann das sein. Ne, ich nicht, aber... Ähm... Okay, ich glaube, das wird hier nichts, das wird nicht. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was abschließen können, sonst wäre ich das hier gerade alles zu legen. Ähm... Theoretischen Fahrprojektivität sollte nicht, glaube ich, noch abgeht, also bei der CSV 4 funktioniert, dass man mit mehr oder weniger projektieren feuert, aber... Ich glaube, ich gehe einfach einfach alles hin. Ups, leichte Frame-Ops. Oh, das hat sich nicht gut an mir gehört. Also, ich habe überhaupt keine Frame-Ops. Holy crap. Oh je, das ist ein bisschen am Arsch. Verlegten sich die Kanonen irgendwie selber? Was? Bei dir? Ist wohl gerade... Ich... 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 Check's gerade nicht ganz. Leu... Ich bin... Uh. Das heftig ist halt ungefähr, wie wir ungefähr gerade voll einfach zugeballert werden hier. Von den CSV 4s. Es hat einfach trotzdem... Uh. Keine Ahnung, wo ich noch hingehen könnte, wenn ich ehrlich bin. What the fuck? Just happened. Uh. Nice. 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 Alter, wir haben die gerade hier einen Triple-Kill bekommen. Lol. GG. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie es gerade... Was hier... Was hier abging, gerade ungefähr. Okay, die Kanonen ist auch im Arsch, aber... Vielleicht. Eine Hoffnung haben wir noch, und zwar die Kanonen hier. Vielleicht. Ja, müssen wir hier außen rumfliegen. Die können wir mal einen Rematch machen, wenn es doch... doch relativ ausgeglichen hier ist. Ich meine, ich glaube, V7, unser altes V7-Patient hat den Vorteil, dass es... Ja, dazu nachladen geht, einfach. Und es hat mehr Kanonen. Und es hat mehr Kanonen. Aber weniger Vielfalt, natürlich. Du kannst hier nur mit den CSV 4 arbeiten. Es hat weniger... Aber... What the fuck, Alter? Ihr habt... Je... Also fast... Überall habt's hier... Unser Vorgi durchlöchert. Ja, das ist doch cool. Ich pack's nicht. Uh... Hier. Also ich hatte... Also ich hatte... Also bei uns... Bei mir... Alle Kanonen, mit denen ich geschossen hab, sind irgendwie kaputt gegangen. Ich glaube, ich glaube, dass ich einfach... dass ich einfach zu langsam war beim Beladen. Wenn ich ehrlich bin. Ähm... Aber man sieht hier einfach die... Die Feuerrate der CSV 4 bringt doch noch was. Also... So sch... Holy fuck. Und selbst... Hä, was ist denn mit eurem Mati-Shot passiert? Haben wir dir... Haben wir den auch zerlegt? What? What? Ich seh's gerade. Du fliegst da sofort rum, Alter. Das... Oh fuck, ich bin hier... Schon mal leid. Ähm... Ah ne, das ist... Alter! Das ist... Das Vorgi... Wollt ihr komplett durchlöchert. Ich pack's gerade gar nicht. Das ist... Holy shit. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, muss ich sagen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Das... Das hat nicht überrascht... Ey, ich schwöre, Alter. Ich denke, gerade auch so, ey. What the fuck, Alter. Uh... Chilic. Aber überall. Ich meine, irgendwie... Ich weiß nicht, ob... ob... Alter, oben haben wir ja so was zerlegt ich weiß nicht was es hier doch so abgeht aber ich wusste ich wusste was konzentrieren im bau weiter da er wurde getroffen er wurde getroffen wie er brennt ich schieß zu kurz es ist nur einer der hier oben steht muss immerhin habe ich glaube ich habe ganz drinnen ich habe das fenster getroffen aber dabei stand er nicht mehr was ein pfeilhagel vier gegen einen leute vier gegen ein aber alter alter so knapp das war heftig muss ich sagen ja er hat eingeklebt von euch unser unser pfeilschussteil zahlt das schon bewährt aber alter wie das von mir aus gesehen so richtig brennt darüber ich weiß ich kann jemand da unten durchschießen auf seine füße das geht ziemlich sicher nicht vor allem unser kerl ist noch vor allem getroffen oder ja jetzt nicht mehr du hast auch ebola ja ich glaube ich habe ihn und durch in die füße getroffen warte wo ist er hin wenn ich wenn ich es gerade richtig gesehen habe glaube ich ich habe habe ich ihn unten in die füße getroffen unten durch aber ich bin ich bin mir nicht ganz sicher verschwunden siehst du ihn noch matze ich sehe ihn nicht mehr ich muss ja echt sagen ich frage mich wie zur hölle das war hier so krass zerstört wurde gerade es ist offline offline ok das war unerwartet das war das war echt unerwartet aber cool billig alter ich mein bei unserem ich habe mit dem mittleren csv geschossen freut mich aber dass die dann auch noch schaden macht haben wenigstens und bei euch auch komplett durchgeschossen haben weil diese ich bin die habe ich habe ich muss schon mal ich habe entlang sind beladen irgendwie und das habe ich habe in meinem bohr habe ich es aber auch gerade voll gehört hier unten im club edition wie man einfach dauerhaft ungefähr beschossen wurde und da werfen einfach diese feuer als man die ganze zeit von irgendwas beschossen wird da kann man hier gar nicht und vor allem auch die artis die wurden einfach oder die artis wurden einfach zerstört von den stichkanonen also also ich bin echt überrascht wir können mal so ein rematch war ich glaube es wird ganz interessant ja heute jedenfalls nicht mehr das war es nicht jetzt mit diesem video weil wir halt wir hatten wir waren viel unterwegs und also wir kamen von der studienfahrt und das ist es ist 12 uhr nachts und wir sind ziemlich eigentlich saßen heute neun stunden im bus alter neun stunden hast du nachgezählt und die richtung bei unserem inkompetenten busunternehmen hier aber zweimal an der ausfahrt vorbeifährt aber okay ja was da geht es raus ja zu der schule nee brauche lassen lassen wir vorbeifahren wir wollen nicht auch das sieht so cool aus ich finde das so cool das war okay ja wir hoffen trotzdem es hat euch gefallen ihr könnt sie mal eure spekulation in die kommentare schreiben wieso v7 also unser v7 gewonnen hat stattdessen das club edition und ja ansonsten bis zu einem weiteren video